So, ja, willkommen zum heutigen Livestream, dadam, 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 ja, keine Ahnung, ähm, Ich hab keine Ahnung, der ist doch bestimmt wieder neu hier in den TS gejoint, zacktano, und hat sich wieder, äh, verzogen. Obwohl ich noch irgendwas zum Schönbauen. Oh, pff, Signale wären natürlich nicht schlecht. Halikan kommt wieder. Und haut erstmal ein paar Lieder rein. Ja. Ja, bester Künstler der letzten 10 Jahre. Äh, wieso kannst du es nicht auf 10.000 Euro runterstellen? Ich hab ein richtig lustiges Lied. Nein. Ich hab mir schon überlegt, auf 100.000 hochzugehen. Weil da kommt manchmal so ein Scheiß. Ach, das ist ja, das wird ja langweilig. Ja, da kommt noch genug Scheiß, glaubt mir. Das ist das Video. Boah. Ich hab ein Porno. Das ist das Video. Boah. Wieso bist du? Da sagt educatorisch. Oh, ich hab mir nicht gut. Ich hab mir nur auf, nach zwei Skrrüchen Woher wisst ihr eigentlich alle meinen Namen? Da steht unten drin. Da steht auch drin, dass Duna ab und zu ein wenig stream sind. Echt? Ja. Ab und zu und ein wenig, es passt nicht. Ohhhhhhhhhh. Ja, in den C rein. Wenn die trinken, die Passagiere. Ach die Arme. Das ist wirklich dein einziges Problem? Das Spiel sagt mir, der Zug ist entgleist. Ja. Da fehlt die Explosion. Da fehlt die Explosion Was Fabi? Echt? Du und wer auch? Ah wo ist das? Guck mal ich hab mein... Ich hab mein Verkehr... Kaputt gemacht Fast im Griff Ihr seid ja so unglaublich witzig Ist ja krass Oh ja direkt neben dem Stadion geht jetzt die Scheiße in den Fluss rein Jawohl da kommt sie raus Ach du Scheiße Boah lecker man Geil Guck mal jetzt hat das Stadion keine Bewässerung Ja gut Lebt noch, stirbt, ist tot Verdient Was wollte ich denn jetzt suchen? Ach ja Ach nee das war ein anderer... Okay Das war ein anderer Alexander Okay dann Ja das weiß ich auch nicht Dann kenn ich den Oh der hat zu... Ja gut Der sucht wahrscheinlich jedes Wochenende den Fabi und sagt nichts davon Und Fabi auch nicht Oh ne... Pass an son... LoL was macht der Zug noch? Aber jetzt klick mal bitte echt... Ja echt oben links auf das I und dann auf den Feuerwehrhelm Und so dann raus Oh was für ein I Da ganz links oben im Eck Ganz links oben So weit oben wie es geht Und so weit links wie es geht Ah... Ah... Ist alles grün? Ich weiß aber das geht's nicht Du hast jetzt 5 Minuten gefangen Vor allem im Tsunami in Berlin In Berlin In Berlin Gott sei Dank hab ich die Sick Holes Sink Holes Sink Holes Sink Holes Ich glaub es ist einfach wenn ich das ganze Gebiet abrennen lasse Weil meine Feuerwehr kommt eh nicht hinterher Die kommt eh... Die blockiert sich selber Da Da Junge das ist doch mir egal wenn das da hinten passiert Ich glaub da ist ja jetzt ein richtiger Krater entstanden Aber der Baum Baum ist wichtig Der Baum nicht noch Wie sieht das hier so behindert aus? Ach du... Das ist zu geil Und ja Jason das nennt sich ja auch Äh... Flood Wall Oder Hochwasser... Äh... Mauer Oder wie das heißt Blut... Das... Wann... Flood Wall... Ja aber jetzt mal... Was... Was ist das hier? Ja und warum krepieren die weg? Warum kommen da keine Nachgeburten? Eine Nachgeburten... Eine Nachgeburten... Juli... Ja... Was... Was ist das für ne Spur? Oh... Die Livestreams... Ja... Likon... Wenn das nächste mal kommt... Überspringe ich das und ich füge... Ich füge das in die Bannliste ein Ich kann solche Schrottmusik einfach nicht hören ey... Das ist... Ein... Ein... Duck... Hey die Hupen... Äh... Kommen die nochmal? Ja... Noch mal... Keine Ahnung... Weiß ich doch nicht... Wie gesagt da es ja bei mir eigentlich keine festen Streamzeiten gibt... Da ich die eh nicht einhalten kann... Ähm... Könnt ihr den Follow Button drücken... Dann... Kriegt ihr eine Mitteilung... Wenn der Stream losgeht... Naja... Also ihr wisst... Bescheid... Die meisten haben ja schon gefollert... Wenn nicht... Auf Youtube... Abonnieren... Damit ihr wisst wann der nächste Livestream startet... Samstag... Samstag... Sehr gut... Machts gut... Bis dahin... Tschüüüüss... Euer Maslaves... 1 zu 1... Er war einfach so fabelhaft... Ich hab fast weinen müssen... So... Grandios war der... Und, ja.